Servus und auf geht's! Mal schauen, wer wir hier so bekommen. Das geht. Naja, die werden mich zwar dort von zusammenrennen und hinten kein Tor zulassen. Herzlich willkommen liebe Fußballfans. Klasse, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie bei optimalem Fußballwetter. Du hast keine Probleme mit. Und nun, Pogba. Bruno Fernandes. Bernardo. Ding Dong drin. Erst der gefährliche Steilpass und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer drin ist er. Kommt jetzt die Flanke rein. Was für eine Aktion. Kein Tor, aber es ist abseits. Und damit sind sie am Ball. Na klar, mitten auf den Mann. Mann. Wie macht er da das Tor? Das ist natürlich eine überragende Szene. Und damit... Bernardo. Pogba. Die lassen den Ball gut laufen. Ich schaue zur Führung. Jetzt schlägt es ein. Das ist immer durchgesetzt dann. Und immer wieder sie geduldet. Das ist schon großartig. Jetzt steht es hier 2 zu 1. Knappe Führung zur Pause. Es steht 2 zu 1. Und dann... Die Crankens sind vorne. Es war eine gute erste Hälfte. So kann es aus unserer Sicht nach der Pause gerne weitergehen. Na klar, dass der Ball auch wieder zu ihm kommt. Ja, es ist zum Schreien. Kannst du dir nicht auswenden, wirklich? 2 zu 2 passiert. Sie rücken schön nach. Bieten Sie an. Super. Da kann nichts. Da kann nichts. Sie können kontern. Timo Werner. Gefährlicher Pass von Werner. Da schickt er den Mitspieler. Hätte vielleicht gefährlich werden können, aber der Ball auch weg. Das gibt es nicht. Was hat denn der hier für eine Sahne? Jetzt können Sie vielleicht kontern. Timo Werner. Bernardo. Das gibt es nicht. Das war eine riesen Chance. Bruno Fernandes. Werner. Bruno Fernandes. Das ist jetzt seine Chance. Der Stegen passt dir gut an. Das gibt es nicht. Ah, kein guter Abschlag. Was können Sie jetzt auch machen? Ding Dong. Ja, geschenkt. Ja, geschenkt. Geschenkt. Der neue Spielstand lautet hier also 3 zu 2. Das ist doch wütend. Das ist doch wütend. Späte Sieg. Gutes Game. Aber ich habe natürlich auch fantastisch gespielt. Sie fahren hier diesen Sieg ein und ausschlaggebend war dieser späte Sieg. Das geht. Na ja. Die werden mich zwar dort vorne zusammenrennen und hinten kein Tor zulassen.